Wie weit wir's gebracht haben. Sigpavis Magna. Sigpavis Magna. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaub, vielleicht hab ich's... ...diesmal einfach zu weit getrieben. Hm. Ich dachte, es wäre... ...größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Oh, na ja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Immerhin ist da eine Insel? Such nach irgendwas Menschengemachtem. Hm, meist von Piraten gemacht. Hm, klar. Na ja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas... ...wie eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Ja. Hey, was, wenn er wirklich pleite war? Dann sollten wir uns beide lieber ein Versteck suchen. Und der Irren-Schatzsuche durch die ganze Welt mal abgesehen... ...hatte Avery die richtige Idee. Und zwar, er lebte nach seinen eigenen Regeln, reiste die Welt, machte sein Glück auf seine Art. Klar, ist auch die Riesenbelohnung auf seinem Kopf gekommen schon. Ja, wenn die seine Geschichte ausgezählt sind, stimmt's? Wer weiß? Vielleicht war's, dass alles am Ende wäre. Nathan! Da drüben! Ein Schiff! Oder vielmehr ein Brack. Oder vielmehr ein Brack. Oder vielmehr ein Brack. Oh, Gott. Marco! Ähm, stößt doch irgendwann wieder zu unserem kleinen Abenteuer. Ey, hast du was gefunden? Ja, Mogul-Schätze im Wert von 400 Millionen. Hahaha, witzig. Fällt sich echt seltsam. Als stünden wir endlich an der Schwelle zu etwas wirklich Großem. Ich... ich empfinde ebenso große Aufregung wie Panik. Weißt du, wovon ich rede? Oh ja. 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 Oh, schau mal, noch einer. Ja, ich seh's. Ja. 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 Ja, nein. Das ist eindeutig von Menschen. Ah ah, von Piraten gemacht. Binnen wir einen Weg zum Turm. Ja. Wie ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Okay, dann mal rauf. Binnen wir einen Weg zum Turm. Binnen wir einen Weg zum Turm. Binnen wir einen Weg zum Turm. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Kein Fall. Finden wir raus, wo er hinzelt, huh? Wir haben das Boot auf der anderen Seite gelassen. Okay, du schaust nach dem Pfeil-Symbol. Ich hol das Boot und sammle dich ein. Okay. 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 Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen.